Hallo! Oh oh, nein! Lieber Zungenmensch, lass mich bitte in Ruhe. Ich bin gar nicht da. Wat soll denn dat? Boah, dieses Spiel. Hier kann ich rein. F. Klar. Klar. Ebenfalls klar. Bitte was? Jessica. Jessica. Ganz viele tote Jessicas. Hahaha. Die Aufnahme werde ich mir nicht angucken, weil wir sie eh nicht angucken, also weil da eh nichts Sinnvolles bei rauskommt. Ich geh zum Licht. Was denn? Ich geh zum Licht, weil ich eigentlich dachte, da bin ich sicher. Warte mal, die Fußabdrücke sind nicht von mir. Hi. Und jetzt wieder der Zungenmann. Boah. So viele große Räume finde ich ja mal gar nicht cool. Oh, sehr schön. Und dann... Danke. Shit. Das bringt in dem Teil irgendwie gar nichts. Da war er doch gerade, oder? Da habe ich mich geirrt. Warum hat sie das getan? Schon wieder der Fernseher? Entschuldigung. Die Beine... Entschuldigung. Die Beine... ... ... ... ... ... Ah, nein. Es ist gut, komm, lass mich. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Du widerliches Vieh. Bitte, bitte lass mich. Boah, ich darf so schwitze gehen. Bitte, 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 bitte. Alter! Scheiße, ich gucke nicht durch. Ich leide, ich leide sehr. Ich spüre erst 23 Minuten, ich leide so ultra. Der ist, der ist hier drin. Ich spüre es. Scheiße. Bitte nicht jetzt. Ja. Nein, nein, da ist wieder dieses... Dieses... Oh, Scheiße. 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 Oh Gott. Oh Gott, 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 nein, 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 nein. Ich hab so ultra-megaschwitzige Hände. Okay, wenn ich mich, sobald ich mich umdrehe Hä? Der steht hier irgendwo Okay, ich komme, warte mal Ich soll jetzt da hin? Stell fest, die Tür ist zu und jetzt drehe ich mich um und es ist anders Alles klar, ich habe es verstanden Ich muss jetzt also einen Weg hier rausfinden, ohne diesen Vier in die Arme zu laufen Alles klar Ich schaffe das Ich habe Eier Auch ich habe Eier Das macht mich so nervös, wenn man dieses Schattenwesen sieht Das ist doch einfach nur mir Angst zu machen Hoff ich Mann Hör auf damit Du Scheißspiel Fick dich, ernsthaft Okay, und ab jetzt wird es kritisch Ich weiß nämlich nicht, wohin Wie hat er mich ja beim letzten... Er hat mich ja gekriegt Scheiße Oh Hä? Mann, das ist doch doof Ja, ja Oh, okay Das ist fies Diese Bücherei wird mein Untergang sein Ja, und dann verschwindeste Ja Oh, wie grusig Ist zu Oh, wie grusig Ist es plötzlich ein ganz anderer Gang als vorher Wie komme ich hier durch? Ich verlaufe mich halt ständig da drin Also so sehr, dass ich nicht ausweichen kann Also, dass ich nicht mehr wegkomme Ich gehe davon aus, dass ich ihn Dass ich zu dieser Stelle kommen muss, wo er Halt auf mich zuläuft In diesem Licht Was er denn dementsprechend... Oh Gott Der ändert doch die Gänge ab Ich weiß absolut nicht, wo... Ich bin schon wieder in der Sackkasse Ich sterbe Hallo Jetzt hat er mir einfach nur einen runtergehauen Gut, wenn man 3000 Mal vom selben Gegner erschlagen wird Ja, oh, wie grausig Oh Langweilig Wie komme ich hier raus? Die Regale ändern sich, sobald ich mich umdrehe Wenn ich ihn erwischt habe Wenn ich ihn erwischt habe Mann, ja, nee Verschreckt mich immer noch davor Scheiße Ich gehe davon aus, dass ich das auslösen muss Ja, ja, du mich auch Ist okay, wohin? Ich bin schon wieder in der Sackkasse Schon wieder? Was muss ich denn hier machen? Hat er mich jetzt in Ruhe gelassen? Nicht in Panik geraten Wo zum Verdammten Zur verdammten Missgabe soll ich hin? Okay, 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 okay Okay, okay, okay Mach, 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 mach Hau ab Hau ab da Verschwinde Verschwinde da Ich renne einfach direkt zur Tür Gleich Lass mich raus Mach zu Halt gespeichert, oder? Eine Bandage Okay, ich kann mich seiner Attacke eh nicht Wenn er mich kriegt, bin ich eh tot So oder so Jetzt muss ich da wieder raus Ah, Gott zu Blöde Kuh Oh Mann Okay, ist das wieder ein komplett anderer Raum? Oder auch nicht? Eine Schere Kommt er? Ich gehe zum Licht Okay, der Gang Also dieses What the fuck Hey, ich bin noch hier Der wird mich direkt rausziehen Ich erkenne nichts Ich wollte das Spiel heute durchspielen Okay, warte mal Lass mich erstmal checken, wo ich das hinschieben soll Muss ich das überhaupt schieben? Ja, natürlich Was? Wieso, jetzt bin ich doch Bin ich doch durch Oh Soll ich da oben hin? Wohin willst du, dass ich das schiebe? Ach, warte mal Vielleicht Nee Hä? Hier Ich sehe gerade nicht wirklich viel Wo ich hier irgendwas tun kann Komm Tun könnte Hä? Ich bin in einen Raum gefangen Komm hier nicht raus Raus Okay, es muss ja irgendwas mit Kettern zu tun haben Sonst könnte ich das jetzt nicht machen Hm Bin der Meinung da durch, aber Will er ja nicht Was? Ich muss ja da rein Also Warte mal, was ist denn Vielleicht Nee, aber das passt nicht durch Okay Drehen kann ich es ja nicht, oder? Nöp Vielleicht Ich hätte jetzt eigentlich gedacht Dass ich mich hier so durchmogeln kann Aber das ist nicht der richtige Weg Ich kann das machen, aber das bringt mir halt nichts Muss ich die Tür vielleicht einrennen? Das interessiert mich gerade herzlich wenig Ich möchte erstmal hier raus Gib her Scheiße Warte, wunderschön, es ist doch dunkel Meep 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 Oh Scheiße Oh Scheiße Ich komm hier nirgendwo durch Ich bin tot Oder auch noch nicht. Jetzt bin ich tot. Von Wurzeln Teufel kommt... Komm mal da. Komm mal nicht hin. Guck mal hier. La la la. Das ist so nah. Von Wurzeln Teufel kommt das. Nicht mit mir. Oh scheiße. Nö. Oh nö. Das war geplant. Das musste so sein. Oh. Alter. Oh. Nicht schon wieder. Ich hänge fest an... Uncool. Warte mal. Oh. Ich muss meine Kopfhörer leiser machen. Ich schreie hier so viel rum. Die armen Nachbarn und meine Mitbewohner denken wahrscheinlich auch, ich dreh durch. Ne. Also erst mal mache ich die Tür wieder zu. Ne. Dieses Spiel. Ist das einfach eine Katastrophe? Wieso spiele ich das? Ich werde jetzt nie verstehen, warum ich das spiele. Dann rennt es. Ich mache sie auf. Nur um sie wieder zuzumachen. Oh scheiße. Ich sehe nichts. Ui. Er kommt mit daher. Er kommt mit her. Ist ja ekelhaft. Ja, komm, tut er mich. Das war echt doof. Also da könnte ruhig eine Tür offen sein. Das ist echt ein bisschen fies. Okay, ich mache die Tür nicht zu, damit ich mehr Zeit habe, mich auf dem Klo zu verstecken. Alles klar. Ich habe ihn verstanden. Renn, 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 renn. Run, boy, run. Der hat aber ein ganz schönes Beat drauf, ey. So lahm ist der nicht. Den mache ich aber zu. Dann gehe ich einfach schnell hier rein. Dann fließizierst du dich. Dann挣 ihn. Untertitelung des ZDF, 2020